So, willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Play die Reberbahn Simulation. Ja, wir hatten ja letzte Folge den Eingangsbereich renoviert, also er wird immer noch renoviert, beziehungsweise nicht renoviert, sondern sogar ausgebaut. Hatten hier jetzt dafür gesorgt, dass man 30 Minuten rein drinsetzt und 10 DM zahlt und das boomt scheinbar. Und man sieht ja hier immer noch, wir haben wahnsinnig viele Leute hier drin gerade. Das wundert mich selbst, was hier alles gerade los ist. Der Eingangsbereich wird noch ausgebaut, das wird noch eine gewisse Zeit lang dauern, bis wir auf Stufe 3 sind. Und ich wollte mich jetzt, wenn das Geld dazu reicht, in dieser Folge mich damit beschäftigen, die Mädels mal auszustatten mit einem bisschen besseren Outfit. Und was ich vorhatte, Lichtanlage, das könnte doch schon mal eine Sache sein, die wir auch gleich machen können eigentlich. Soweit wir bei 4000 D-Mark sind, aber vorher ist 6 Uhr und 6 Uhr, da wisst ihr, wo ich gerne bin. Da bin ich bei den Landungsbrücken, da warte ich jetzt noch 20 Minuten, bis die Sonde aufgeht. Und dann treffe ich da meinen Kapitän. Ich gehe schon mal hin und was sagt der? Heute ist ein Bombentag. Da machen wir direkt, setzen meinen Lockvogel an. Und weil ich einen guten Tag habe und weil es hier einfach schön läuft, machen wir hier direkt auch noch ein Event. Und zwar die große Schaumparty. Laden Gäste ein, machen wir hier auch. So ein bisschen auf die Kante 830 rausschmeißen dafür. Ja, machen wir mal. Noch ein bisschen Presse erhöhen. Das hatten wir noch nicht in der Maße. Und ich gehe davon aus, dass wir bombastisch einschlagen. Und dann drehen wir hier die Zeit auf 25 zurück. Oder lassen wir es auf 30. Lassen wir es auf 30 erstmal. Was mache ich da? Ach, dieser Mechanismus ist so blöd. Lassen wir es auf 30. Das lief ja erstmal gerade. Und gehen wir ins Eros Center. Zu Regina. So, Eingang. Und wir werden uns mit allem ausstatten, was sie da hat. Mit den Specials. Mit Nylons. Mit Dessous. Und die Stiefel, die sind natürlich immer wieder am teuersten. Kommen mit 500 da rein. Und dann sind wir gleich bei 2100. Aber wir kamen Level 1 erreicht. Und ich bin dafür, dass wir auch zügig auf Level 2 gehen. Ja. Gut, wir gehen zur Piepshow zurück. Heute haben wir also einiges gemacht. Einiges gemacht. Einiges vor. Ich bin gespannt. Was wir auf jeden Fall demnächst in ganz, ganz absehbarer Zukunft machen sollten, wäre die Bühne ausbauen. Ich glaube, wir machen noch die Lichtshow dran. Und dann bauen wir erstmal die Bühne aus. Wie sieht es denn mit unseren Besuchern heute aus? Haben wir da wirklich mal einen kleinen Rekord zu verzeichnen? Also gestern hatten wir auf jeden Fall einen mit 70. Zu viel hatten wir länger nicht. Heute ist die Prognose 65. Womit ich auch leben kann. Wie sieht es denn mit unserem Eingangsbereich aus? Ne, noch nicht fertig. Der Cobra hielt wahrscheinlich jetzt auch noch mit, dass wir mehr Leute bekommen. 13 Leute waren heute schon hier bei unserem VIP. Oh, Sabotage! Aber ich glaube, da ist unsere Schutztruppe groß genug für Sabotage. Lassen wir sie noch ein bisschen da rumstehen. Und abgewendet. Meine Jungs, die können das halt. Mit Ratten haben wir überhaupt kein Problem. Aber Schutztruppe ist ein gutes Thema. Es ist schon wieder 8 Uhr. Ich gehe jetzt mal zum Golden... Oh Gott. Zweimal verklickt zum Golden Stiletto und holen wir bei Tom's Gang noch einen dazu. Weil ich denke mal, wir werden bald auf so einem Niveau angekommen sein. Da muss man vorsichtig sein und aufpassen. Also heute ist hier die Hölle los. 21 Uhr. Wir haben doch hier besuchermäßig gleich einen neuen Rekord. Ne, noch nicht. Aber was wir hier im... Der VIP-Lounge verdienen, das ist der absolute Hammer. 20 Kunden heute. 1.007 D-Mark. Das ist ein Traum. Wir sind bei 4.179. Und was habe ich euch gesagt, wenn ich bei 4.000 bin? Genau. Dann baue ich die Lichter-Show an. Jetzt müssen wir erstmal hier... Deine Ausstattung aus dem Erotisch-Shop zeigt. Verschleißerscheinungen. Ja, traumhaft. Das heißt, da muss ich auch erstmal wieder rein investieren. Also nochmal zu Regina. Das ist ja krass, wie schnell das weggeht. Also dann setzen wir das direkt auf Level 2. Zahlen mal 2.000. An der Stelle. 2.000. Direkt mal weg. Andererseits verdienen wir gut. Wir könnten vielleicht auch auf 3.000 gehen. Die Kino-Charts machen wir gleich. So, okay. Wir gehen bei Regina rein. Aber warum das jetzt so schnell Verschleißerscheinungen gezeigt hat, das weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt auch so ein bisschen verwundert. Die machen wir auch noch. Komm, die machen wir jetzt auch noch zu einem 5-Sterne-Model, indem wir die ein bisschen fotografieren. Ich merke schon wieder, ich bin wieder relativ schnell mit dem Geld. Ich muss da vorsichtig sein. Dachte, da könnte man den ganzen Tag zugucken. So, 5 Uhr morgens. Gleich 6. Was bedeutet das? Das ist richtig, dass ich gleich mal wieder zu den Landungsbrücken gehe und den Kapitän frage. Heute ist ein mittelmäßiger Tag. Da kann man mal... Ja, 150 geben wir der Frau mal, damit die uns wieder ein paar Leute besorgt. Und wir mussten ja ein bisschen investieren. So, hier unten. Nur noch gepflegt. Jetzt ist es wieder luxuriös. Genau, die neuen Kino-Charts waren ja da. Richtig. So. Bauen wir hier ein. Und hier nehmen wir sie auch raus. So, die Kino-Charts können wir mal ansprechen. Der stramme Max und seine gespielenden. Topless in Tokio. Poppen, Büttel, Poppers. Patty's Passions. Und Bobby Bantana Teil 3. Bobby Bantana, Bobby Bantana. Mein Gott, Bantana, das klingt auch nicht schlecht. Okay. Das läuft also ein bisschen besser. Die Bewertung aus. Wir müssten da jetzt auf 49 gestiegen sein, also deutlich höher. Was ist denn die Statistik mit den Besuchern? Besuchern sagt gestern 66 am Ende des Tages. Was mich wahrscheinlich schockieren wird. Unsere Einnahmen gestern waren ernsthaft. Tagesumsatz am gestrigen Tag scheinbar 1.980 bei den Showkabinen. Was phänomenal ist. Videokabinen war der Umsatz gestern auch bei 580, was genial ist. Die Automaten sind gestern auch hochgeschossen und von den Specials möchte ich gar nicht reden. Also der gestrige Tag war der beste Tag, den wir erlebt haben, seitdem wir hier am Kiez sind. Hammer. Müssen natürlich ein bisschen Geld zur Seite legen, weil gleich wieder alles verschmutzt sein wird. Das sammeln wir einfach jetzt mal eine Zeit lang. Das können wir jetzt, weil man ja scheinbar sieht, da läuft das. Wie sieht es mit unserem Eingangsbereich aus? Ist der fertig? Ne, die bastelt immer noch dran rum. Das wird uns auf jeden Fall nochmal einiges bringen. Davon gehe ich aus. Die Launch war mit einer der Sachen, warum das alles so gut bei uns funktioniert hat. Unsere Ausgaben sind jetzt auf fast 1000 DM gestiegen. Das heißt, wir müssen also auch zu viel einnehmen, damit wir mit Gewinn rauskommen. Aber das machen wir halt. Da achten wir auch gut drauf. Die Showkabinen sind jetzt heute schon... Allein die Showkabinen werden uns wahrscheinlich komplett abdecken. 930 DM. So, und jetzt ist es da oben schon schmutzig. Da sieht man aber das können wir direkt alles bezahlen. Damit habe ich gerechnet praktisch. So, und wir direkt auf unserem hohen Niveau bleiben, den wir haben. Ne, nicht speichern, sondern ich wollte mal gucken, wie das hier ausschaut mit der Besucherstatistik. Wir hatten gestern also wirklich nur 45, nicht so viele wie die Tage da zuvor drin gab. Das zeigt man auch an den Showkabinen, die dann nur 1070 verdient haben. Nur ist gut. Die Videokabinen waren gestern auch nur bei 330. Ja, das ist nicht so viel 80 DM gewinnen. Aber trotzdem, die Specials, die rocken halt im Moment. Gut, es ist mitten in der Nacht. Wir stehen nur noch bei 1500 DM. Man denkt, das ist nicht viel. Das ist für uns sehr, sehr viel, weil wir ordentlich investiert haben. Wir sind am Ausbauen. Der Eingangsbereich wird wahrscheinlich in der nächsten Folge dann fertig sein. Ich werde die Folge beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play, die Reeperbahn-Simulation. Bis dahin.